Hallo Leute, Murphy hier und wir spielen weiter 4-1 Und wollen sehen, was hier noch so auf uns hartet Oh, schön Denton, nein, da hinten leuchtet was und da will ich ran Bis die nicht so alles in den Nabor haben Hochexplosiv kann man nicht explodieren lassen Metiquip kann man auch explodieren lassen Ich habe gerade eine Packung Dings herumgeworfen Kann man nicht explodieren lassen Ah Nein, nicht Ah Schale Schale, Schale, Schale Hallo, Hallo, wer da ist? Oh, es ist ein Du Christ, ich dachte ich war ein Goner Mr. Leipz, du bist noch immer wieder Nein, danke zu dir, Leute Was machst du hier? Die Elevator sind offline und die Soldaten sind überall Du musst ein Sicherheitsoffice finden und den Lockdown finden Du bleibst diese Zeit? Auf meine Honne Und was sagt mir, dass ich hier hinter will Dass da irgendwas ist, aber okay Du verschwindest da eh wieder, wenn ich zurückkomme Also von daher kannst du mir gestohlen werden Denkt jemand in der Stuhlschacht? Habt ihr das gesehen? Hmm Oh, ich glaube Nicht Energie You have one new message First message from an outside number Jason, it's me I just saw the news What's going on? Please call me back and let me know you're okay I'm really freaking out End of messages So, dann wird's schon nochmal wiederkommen Eliminiert Zeuerreport Ich hoffe ich eliminiere Ja, es waren ein paar mehr als ich erwartet habe, aber trotzdem habe ich mich gut gehalten Guck mal, wir haben genau dieseljenige gehabt, wie das meine Granate vermutlich getroffen hat Oh, noch nicht Der Sack hat sich versteckt So Damit durfte geklärt sein, wäre hier Magie Die bessere Taktik hatte Zwei Drei Medikets Das ist ein schlechtes Zeichen, habe ich das gefragt Zwei 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 Ja, eindeutig. Die sind tot. Woher haben die denn hier Schickes? Hm. 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 Was bist du überhaupt? Ich weiß nicht, ob ich dich mitnehmen sollte, aber ich nehm dich mal kurz mit, um zu gucken, was mich heute erwartet. Richtig wirklich? Ich weiß es nicht. Und nochmal in der Luft. Komm, weil wir es können sonst. Gut, brauchen wir nicht wirklich. Können wir also getrost zurückbringen. Ich weiß nicht, bis jetzt kann es gegen... Der hat auch so wenig Munition und dafür findet man auch so selten welche. Jetzt hat es vermutlich die ganzen Gegner hatten eh schon auf mich geholt. Oh, guck mal. Kann mal. Lebst du noch? Weil dann hab ich ein ganz spezielles Schick für dich. Siehst du? Schau mal. Kann man sich so schön drunter verstecken. Hm. 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 Okay. Hier hast du drei wechseln. Und hier umgucken. Sauer. Schon wieder Tasse. Ah, jetzt weißt zumindest wo wir sind. Wir sind oben oben. Da will ich noch nicht rein. Wir werden mit euch zum Schluss kommt der... Wow. Dann hab ich ihn ganz, ganz schön zugesetzt den Arm. So fast gedacht, da komm ich so nicht dran. Hm. Hm. Ich könnte auch einfach da probieren durchzukommen. Ich könnte auch einfach da probieren durchzukommen. Komm ich natürlich nicht. Okay. Einer müsste da oben noch sein, oder? Ja, da. Okay. What is this? You have... Computer reinforcements! First message from... Genevieve Aristide. John, it's Genevieve. It seems the Senator's plan failed. His special forces team has been unable to neutralize Fettel. We should assume the worst. Instruct the security force to repel all outsiders. We need time to clean things up. End of messages. Ah. Das weiß ich zumindest schon mal wieder wo ich bin. Das ist die Treppe. Das heißt, wenn ich jetzt hier nach vorne gehe... ...und nach da... ...hier... ...komme ich hier hin. Gut, dann müsste hier die Tür sein. Wo ich das bekomme, was ich vorhin zu haben wollte. Nämlich das hier. Danke für meinen... ...Schnellboost. Hier komme ich zwar nicht durch, aber... ...was soll's. So muss ich jetzt hier zurück, oder muss ich hier hoch? Ich habe keine Ahnung wo ich jetzt hin muss ehrlich gesagt. Ich glaube zurück muss ich nämlich nicht... Ach das... Wow. Wow bin ich weit vor gelaufen. Wir sind am Anfang wo ich angefangen habe. Geil. So weit vorne war das schon. Dann gehen wir erst mal wieder hier lang. Um uns vom Freund einen Besuch abzustatten... ...der hier irgendwo gewesen sein musste. Das war mir so krank. Weißt du was Zack? Und wann bringe ich dich dafür um? Du warst eh um mein Stern. Das sehe ich jetzt schon. Dafür hast du mir nämlich jetzt hier den Weg freigemacht. Zack. Ich werde dir jetzt so lange folgen... Hallo Alma? Nein, keine Ahnung. Wäre so schön gewesen. Ich werde dir jetzt einfach mit der Leiter folgen, bis du stirbst. So, hier rum kommt bestimmt einmal. Auch keine Ahnung. Geht's aber auch nicht weiter. Doch da drüben. Okay. Hier geht's aber wieder runter. Will ich wirklich wieder runter? Ich habe keine Ahnung. Wir gehen einfach mal runter. Inter bei 6. Und Autore seid personell. Dann wollen wir mal. Dann wollen wir mal. Was ist du denn? Wer seid ihr? Wo komm ich hin? Wo komm ich hin? Wenn ich hier runterfalle. Cool. Okay, da komm ich schon mal nicht durch. Das heißt, wir müssen... Oh, perfekt. Du wieder. Ja, ich will. Sag dir doch. Ich folgte überall hin. Okay. Ein paar Stunden können wir auch nicht benutzen. Dann fällt mir die Frage, wo muss ich hin? Nein. Komm ich ja auch nicht durch. Hey. No, no, no. Ich folg dir. Ich folg dir auf Schritt und Tritt. Und werde dich killen, wenn ich dich wieder sehe. Und du nicht hinter einer Schutzwand bist. Ja, damit hätten wir den beiden auch sparen können, ihn zu zerstören. Ach, Mannu. Wieso? Warte mal. Der hat die eingeschaltet. Dann müssten wir die doch eventuell auch ausschalten können, oder? Ja. Versuchen. Doof gefragt. Ja, die kamen von hier unten. Nein, natürlich können wir die nicht ausscheiden. Wie komm ich auch auf dieses schmale Brett? Okay, dann muss ich mir auch was für die einfallen lassen. Aber nun was. Der hat uns ja schneller tut, als mir lieb ist. So komm ich auf jeden Fall nicht gegen sie an. Es muss eine andere Möglichkeit geben. Aber welche? Ja. Gut, jetzt bin ich zwar hier drinnen. Aber so wirklich weiter. Das 100% auch nicht, oder? Ich schätze mal, die kann durch... Ich schieße mal. Kannst du noch schießen? Nein, kannst du nicht. Gut. Siehst lustig aus, wenn du nicht schießen kannst. Es gefällt mir nicht, wenn ihr schießen könnt. Es gefällt mir nicht, wenn ihr schießen könnt. Okay, jetzt haben wir ein Problem. Jetzt haben wir tatsächlich ein Problem. Jetzt haben wir tatsächlich ein Problem. Wir haben das. Gut, dass wir das jetzt zumindest geklärt haben. Enten stehen Gegner. Was haben wir denn hier unten dann noch? Was haben wir hier noch? Wir haben hier gerade so viele Wege zur Auswahl. Der Weg ist schon mal abgehakt. Was haben wir hier unten noch? Ein Lüftungs... Es gibt gerade so viele Wege und ich habe keine Ahnung welchen ich davon nehmen soll. Ah, der Mist. Mano, wo diesmal? Da hinten. Klar, die hört jetzt auch nicht mehr auf, oder? Muss aufpassen, wenn ich auch mal meine ganze Munition an ihm verschwendet habe. Da ist ja wir, der Sack. Komm mal rein. Komm mal hoch rein. Da kommen wir übrigens auch rein. Hm, bestimmt eh nur was sicheres, um mal an der Kamera vorbeizukommen an mir, oder? Ja. Ich muss mich mal schwerer machen als das. Ja. 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 Diese Kameras sind zu scheißer. Da würde ich ja am liebsten haben wir auch rein, aber es geht nicht. Da komme ich dummer weise nicht rein. Okay, da hat man ja nur die Möglichkeit. Und dann sieht man wie er kaputt gemacht hat und dann haben wir unsere Munition verschwendet. Das war nicht die feine, aber es ging ja auch gar nicht anders, habe ich irgendwie das Gefühl. Unten ist Pani. Ich lenne ihn einfach mal so. Die Musik verwirrt mich gerade ein bisschen, die hört sich so fröhlich an. Hast du ein Glück, dass die Tür zu ist? Oh, er ist ganz weg. Hast du wirklich ein Glück? Und hier sind bestimmt noch mehr Defense Systeme, die uns an den Kraken wollen. Habe ich recht? Na, wo ist eins? Da könnte ich... Ach so gehen Sie natürlich nicht kaputt. Genau. Ha! So, da müsste ein kaputtes Gitter sein, oder? Ja. Wieso wir erwarten mal, dass das Gitter da kaputt ist? So, hier stehen dann doch wieder da hin. Hm. Warte mal. Wie können wir noch hin? Okay. Das heißt, wir müssten rein theoretisch da rein. Kamera? Wo bist du? Oh. Okay. Dann machen wir dich halt auch kaputt wie die ganzen davor. Scheiß Ding. Okay, es war ein bisschen zu früh. Oh. Keine Muni mehr. So, ne. So. Und ich denke mal, hier ist ein perfekter Punkt, um das Mitikit zu nehmen. Und hier werden wir uns das nächste Mal wiedersehen. Also, bis dahin Leute. Und das ist, was ich natürlich noch nicht zu nehmen. Ich bin drauf. Okay.